Am 21. März wurde das neue maximalistische Wohnstil-Set für die Sims 4 veröffentlicht, welches mit insgesamt 23 neuen, ausgeflippten Objekten wartet. In diesem Video möchte ich euch alle einzeln vorstellen und festhalten, was ich zum Stil und der Auswahl so denke. Dadurch, dass im maximalistischen Wohnstil-Set nur neue Objekte enthalten sind, bin ich schon direkt mal in den Baumodus gewechselt und wir fangen einfach mal an, hier dieses Wohnzimmer aus der Welt Tartosa, was ich einfach mal leer geräumt habe, hier ein bisschen frisch einzurichten. Hier sehen wir schon das erste Objekt. Oh, ehrlich gesagt, mir gefällt dieses Muster mit diesen, man kann sagen, es sind ja so kleine Plumbobs hier, zumindest von der Form, eigentlich sehr gut. Wir haben auch ein paar neutrale Farben dabei, das ist mir persönlich immer recht wichtig, wenn so ein Pack ein bisschen ausgeflippter ist, aber auch sonst. Die Farbauswahl ist erstaunlich weiß. Es gibt sehr viele, auch verschiedene Weißtöne hier. Ja, gefällt mir doch eigentlich ganz gut, hier mit verrücktem Muster. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann es nicht mal genau sagen, aber dieser Fuß von diesem Sessel gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, das ist ja aber auch nur reine Geschmackssache. So, schauen wir mal weiter. Dann haben wir diese Farbvariation bekommen. Boah, also diese Kombination von diesen Farben, das hat, finde ich, so was 80er-90er-mäßiges. Oh, aber ich weiß nicht. Findet ihr diese Farbkombination schön? Also klar, dieser Stil soll ja auch so extrem, wie es schon im Pack-Namen steckt, maximalistisch einfach sein. Aber das ist doch wirklich extrem bunt. Hm, okay. Das hier würde jetzt noch klar gehen. Ah, da finde ich den Sessel fast noch schöner, einfach dadurch, da er irgendwie relativ einfarbig ist. Aber hier sind wirklich unfassbar viele Farben miteinander kombiniert. Hier irgendwie drei verschiedene Stück. Hm, ich weiß nicht so ganz. Meinen persönlichen Stil, ja, trifft es jetzt nicht so ganz. Dann haben wir einmal diese Kommode bekommen, die mir wirklich extrem gut gefällt. Hätte ich persönlich in echt auch ganz gerne tatsächlich sogar. Also hier mit diesem Muster und dann dieses Einfarbige in der Kombination gefällt mir echt gut. Wow. Und ich würde jetzt spontan mal behaupten, das ist schon fast eines meiner Highlights hier. Also das ist doch wirklich ein hübsches Objekt. Da haben wir diesen kleineren Tisch bekommen, auch in verschiedenen Farben. Oh, man beachte hier oben, das Muster ändert sich ebenfalls auch. Mal ohne Muster, mal mit. Also da mit diesen Mustern, äh, haben die Entwickler es manchmal, dass sich das einfach pro Farbalternative auch ein bisschen ändert. Wir haben diesen neuen Couchtisch bekommen. Hätte für mich jetzt auch in diesem Industrie-Loft-Set mit dabei sein können, aber gefällt mir jetzt persönlich auch ganz gut. Wir haben die geometrische Giraffe bekommen. Ein sehr schickes Deko-Objekt, meiner Meinung nach. Ja, von der Farbauswahl ist ein bisschen was dabei. Ich glaube, hier dieses Türkis ist ebenfalls so eine Farbe, die sich hier ganz doll wiederfinden lässt. Wobei, also ein bisschen schade ist wahrscheinlich auch Absicht, aber hier, es gibt keine einheitlichen Farben. Das heißt, dieses Sofa, ja, ne, passt nicht so zu 100 Prozent zu diesem Sessel. Ein bisschen schade. Dann haben wir diese neue Bilder bekommen. Die sind doch eigentlich ganz cool. Bisschen weniger Farbalternativen, aber auch unterschiedliche Bilder, was ich persönlich immer ganz gut finde. Da hat man quasi dann mehrere Bilder in einem so ein bisschen. Die Spiegel sind ja cool. Ah, okay, die Farbalternativen sind für diesen Rand an der Seite. Haben wir also auch neu bekommen. Gefällt mir jetzt persönlich eigentlich auch ganz gut. Kann man wirklich nichts sagen. Dann haben wir diese Skulptur bekommen tatsächlich. Boah, der Pfau ist ja auf jeden Fall ein krasses Deko-Objekt. Da wissen wir jetzt auch, woher das Symbol vom Pack herkommt. Das ist genau dieser Pfau. Okay, die Farbe gefällt mir persönlich ganz gut. Würde ich mir jetzt... Soll das... Hm... Soll das Gold sein? Also wenn das Gold darstellen soll, sieht eher so aus, als hätte man da mit so einer Spraydose irgendwie drauf gesprüht. Hm, also eigentlich ganz cool, aber würde ich jetzt persönlich nicht so unbedingt in den Raum der Sims platzieren. Dann haben wir diesen neuen Teppich bekommen, der auch schon auf den Screenshots vielen Leuten in der Community positiv aufgefallen ist. Wow. Das sieht hier irgendwie aus wie so ein Chamäleon, was sich hier zusammengerollt hat. So ein bisschen. Ähm, die Farben sind auf jeden Fall auch wieder sehr krass. Hier sogar asiatische Elemente so ein bisschen. Joa, why not? Allgemein im Basisspiel von The Sims 4 sind ja leider sehr viele hässliche Teppiche drin. Da ist es immer ganz gut, wenn wir mit anderen Packs noch ein paar neue Variationen da reinbekommen. Wir haben diesen Ofen bekommen. Quasi so ein, so ein kleiner Mini-Ofen mit diesem, diesem Rohr und das dann in dieser etwas pompöseren Variante. Passt, finde ich, auch relativ gut hier zu diesem, ja, zu diesem Ecktisch hier. Dann als nächstes sehr spannend, wie ich finde, gibt es diese neuen Wandverteflungen. Da kann man sagen, es ist quasi innerhalb eines Sets wirklich ein relativ neues Objekt, was wir in der Art auch noch nicht hatten. Ist eigentlich relativ selten, dass die Entwickler sowas bei einem Set machen, aber fand ich auf jeden Fall sehr cool. Das sind quasi so Wandverkleidungen, die man jetzt hier so, ja, mehrmals an die Wand hintereinander platzieren kann und hier dann quasi so ein bisschen Tiefe reinbringt tatsächlich, gibt es wahrscheinlich jetzt auch, ja, wieder in ein paar verschiedenen Farben. Dadurch, dass es jetzt hier so ein allgemeines Objekt ist, was jetzt nicht unbedingt vom Stil auch so außergewöhnlich ist, hätte mir jetzt hier vielleicht noch so ein paar mehr neutrale Farben gut gefallen, also so braun oder so. Das ist ja hier eher so ein, ja, ich möchte das jetzt nicht genauer definieren, braun. Äh, ja, hm, ich weiß nicht, also da hätten die Entwickler vielleicht noch ein bisschen mehr Farben hinzufügen können und, und was ich persönlich auch noch ein bisschen zu kritisieren habe, dieses Objekt ist zwar von der Idee sehr cool und es ist ganz cool, dass wir jetzt hier unsere, ja, Räume innerhalb eines Hauses hier so ein bisschen noch kreativer gestalten können, die Wände zumindest, wenn wir jetzt hier eine Tür hinmachen wollen oder ein Fenster oder so, das funktioniert halt einfach nicht, weil es kein, äh, kein Stück gibt, wo hier quasi nur an, äh, nur hier oben vielleicht irgendwie dieses Element entlangläuft. Das ist also ein bisschen schade. Das heißt, wenn wir Türen hier platzieren wollen, ist das irgendwie ein bisschen ungünstig. Es gibt auch keine Vertäflung, wo dieses Element fehlt, gerade für irgendwie, ähm, ja, Fenster, die vom Boden aus, äh, nach oben gehen. Ist also von der Grundidee cool, gibt's auch in drei verschiedenen Größen, allerdings meiner Meinung nach nicht so zu 100 Prozent, äh, zu Ende gedacht. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass es halt einfach ein Inhalt von einem Set ist und sich da die Entwickler jetzt nicht, äh, die größte Mühe machen, das da perfekt auszuarbeiten, vor allem weil es bei so einem Set ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Objekten gibt. Dann, weiter, haben wir diesen Raumtrenner bekommen, sehr geometrisch auf jeden Fall. Oh ja, warum denn nicht? Der sieht doch eigentlich ganz cool aus, auch hier wieder in schwarz. Der gefällt mir also ganz gut. Dann haben wir diesen, äh, Kreis der Unendlichkeit bekommen. Oh, oh, was ist das denn? Das sieht ja krass aus. Also, wenn man hier die Kamera neigt, äh, der Effekt ist auf jeden Fall sehr interessant. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, das ist mir auch vorher auf Twitter oder so gar nicht aufgefallen. Deswegen ist es doch auch immer ganz gut, wenn man in solchen Videos dann nochmal die Objekte sich einzeln anschaut. Also, das hat mir sowas schon mal in die Sims 4. Ich meine nicht, da haben die Entwickler auf jeden Fall hier auch ein bisschen was Neues reingebracht. Ja, also, wenn man da länger reinguckt, dann wird einem, glaube ich, ein bisschen schlecht tatsächlich. Aber wir schauen jetzt hier einfach mal weiter. Dann, ebenfalls neu sind ein paar neue Fußböden tatsächlich. Wir haben einmal diesen sehr geometrischen Boden bekommen. Können, kann ich mir fürs Bad persönlich ganz gut vorstellen. Gibt es jetzt nur in einem Muster. Die Farben sind auf jeden Fall ganz cool. Es hat hier echt so ein bisschen was, so 50er-mäßig war doch, glaube ich, so. So, diese pastelligen Farben und diese Muster, so interpretiere ich das jetzt hier zumindest mal rein. Wir haben diesen neuen Boden bekommen, auch, ja, in unterschiedlichen Farben, aber nicht in unterschiedlichen Mustern. Was ja jetzt auch nicht so schlimm ist. Und auch neue Tapeten haben wir erhalten. Das wäre einmal diese hier. Wir wenden das jetzt einfach mal auf den ganzen Raum an. Ja, die Farben hier eher so ein bisschen bläulich. Bisschen lila, bisschen rot. Rot, das sind auf jeden Fall hier so die Hauptfarben. Dann haben wir noch diese hier. Boah, haben wir ja auch schon, ja, auf der Entwicklergrafik haben wir diese Textur schon bewundern dürfen. Boah, das sieht auf jeden Fall auch sehr krass aus. Und wir haben diese Vögel. Finde ich jetzt persönlich wirklich potthässlich. Aber das ist ebenfalls mit enthalten. Ja, wahrscheinlich ein Objekt, was ich dann wahrscheinlich eher weniger in meinem Spiel persönlich benutzen werde. Dann schauen wir doch nochmal weiter. Wir haben nämlich noch zwei Objekte vor uns. Das wäre einmal diese Lampe hier. Diese Farben hier kennen wir ja schon. Ich weiß jetzt auch nicht ganz, was das hier darstellen soll. Sieht irgendwie so aus, als hätte man so Mikado-Stäbchen hier an so eine Kugel geklebt. Und das wäre dann die Lampe. Und dann haben wir noch diese Lampe hier tatsächlich. Das wäre dann auch das letzte Objekt dieses Sets. Die ist mir auch schon, ja, in der Ankündigung relativ positiv aufgefallen. Wenn ich die mit diesen Franzen hier eigentlich ganz witzig finde. Sieht auch so ein bisschen aus, als wäre sie so ein bisschen retro. Oh, von den Farben sehr knallig wieder. Das ist ja wirklich eine grauenvolle Kombination. Oh Mann, also, ja, farbenmäßig müsst ihr natürlich wirklich auf diese knalligen bunten Farben stehen. Weil ansonsten ist es von den Farben recht schwierig. Ja, so, damit wären wir ja eigentlich jetzt auch schon am Ende angekommen. Jetzt können wir ja nochmal hier den vorgefertigten Raum platzieren, den es ebenfalls gibt. In dem man dann nochmal so den groben Stil, ja, dieses Sets dann doch ein bisschen erkennen kann. Mein Fazit, was ist denn mein Fazit zu diesem Set? Also an sich, ja, der Stil jetzt so, wie er hier so kombiniert ist, finde ich ihn sogar recht cool. Aber ich muss halt ehrlich zugeben, ich weiß nicht so ganz. Mein Problem manchmal mit den Sets ist, dass man jetzt hiermit ein schönes Wohnzimmer einrichten kann. Oder schön ist jetzt natürlich Definitionssache. Aber das war es dann halt auch so ein bisschen. Wir können halt in diesem Stil wirklich nur, ja, ein Wohnzimmer einrichten. Wenn wir jetzt schon zur Küche gehen, wird es schon schwierig. Da kann man maximal vielleicht jetzt noch so diese Allgemeindeko-Objekte verwenden. Aber es ist halt immer ein bisschen schade. Da hat man einen Raum in diesem Stil und den Rest muss man dann irgendwie anders gestalten. Also klar, das Heimkino-Accessoire-Pack oder die paranormalen Phänomene. Oder auch vielleicht, kann man noch so sagen, werde berühmt, passen ja auch so ein bisschen in diesen Stil rein. Aber ich weiß halt nicht so ganz. Es ist halt immer ein bisschen schade, dass man wirklich dann entweder mehrere Packs braucht oder man gibt sich halt damit zufrieden, dass dann halt nur ein, ja, ein Raum dann in diesem Stil gestaltet ist. Das, dieses Problem, beziehungsweise diese Kritik, würde ich mal behaupten, trifft aber auch noch auf andere Sets zu. Also es hat jetzt nicht unbedingt was explizit mit diesem Set zu tun. Ja, ich muss halt ehrlich auch sagen, was mich an diesem Set noch ein kleines bisschen stört, ist, wir haben jetzt hier drei unterschiedliche Höhen für die Vertäflung bekommen. Und fünf verschiedene, glaube ich, Varianten, ja, für die Tapeten und für die Böden. Und das ist natürlich auf der einen Seite gut. Wir bekommen da ein bisschen Variation. Wir können unsere unterschiedlichen Wandhöhen, ja, mit diesen Vertäflungen bestücken. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt ein kleines bisschen schade, dass wir dann halt natürlich insgesamt deutlich weniger Objekte bekommen. Also wenn wir jetzt mal rechnen, wir haben 23 Objekte, dann rechnen wir zwei Doppelungen von diesen Vertäflungen weg. Wir haben dann drei Tapeten und zwei Fußböden erhalten. Wenn man die nochmal runterrechnet, dann bleiben ja tatsächlich quasi nur noch 17 Objekte übrig. Was ich dann halt schon ein wenig schade finde. Also 17 Objekte sind jetzt wirklich nicht so krass viel. Aber ja, wie soll man es denn anders machen? Da sollten die Entwickler vielleicht dann, wenn es so doppelte Objekte gibt, dann halt einfach trotzdem immer die gleiche Zahl an Standardobjekten, die nicht doppelt sind, quasi reinbringen. So wäre es vielleicht am besten. Aber ja, das soll es soweit zu diesem Set gewesen sein. Wenn euch die Objekte gefallen, könnt ihr natürlich da gerne zuschlagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem Set denkt. Ob ihr es euch holen werdet, wie ihr so zu diesen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen neuen Objekten steht. Also jetzt zum Beispiel zu diesen Wandverkleidungen oder zu diesem Deko-Objekt mit diesem sehr interessanten Effekt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.